Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. Tag 22, Aufgabe 22. Was wird es heute sein? Ich würde sagen, das hier. So, einmal ranzoomen. Okay, Aufgabe 22 ist, okay, heute Prokrastination. Haha, wie witzig, Prokrastination. Das ist ja witzig. Ja, mal gucken. Nice. Meine allererste Idee war quasi das Nachdenken, dass man halt sich hinsetzt und versucht, Ideen aufzuschreiben. Dafür halt, dass die Zeit vergeht, die Sanduhr und dieser Block mit dem angefangenen Text und dem Stift, aber dass man nichts tut. Und meine zweite Idee war dann, warum ich am Anfang so ein bisschen geschmunzelt habe, als ich die Aufgabe gezogen habe, Prokrastination oder Prokrastinare, so heißt ein Kurzfilm von Freunden von mir. Und da habe ich jetzt hier am Ende das Coverbild von denen nachgestellt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017